HOMERUN HOMERUN Unser Top Top Hengstherr von Hanky, Sir Donahal, Rohdiamant. Ich glaube, er ist 1,71, ein großes Hengst, aber mit keinen Schwächen. Das Pferd für mich hat Schritttrabgalopp für 10. Der hat die richtige Energie, den Power und im nächsten Moment kannst du einen Schritt führen für einen 10. Das Pferd ist langbeinig und der hat dieses, wie man sagt, Here I am Typ. Der kommt in die Halle, guckt da hin und dann geht los. Das Pferd ist langbeinig. Das Pferd ist langbeinig.